servus das erste fällt mir auf irgendwie der voice chat nicht nein warte mal ach ich habe den ausgestellt ich vollidiot ich bin ich denke mir schon her und ist der voice chat ich habe den ausgestellt ich voll trottel natürlich jeder nicht bei mir ich dachte schon alter jetzt habe ich gerade einen herzinfarkt bekommen der voice chat geht nicht eieieiei das ist aber ganz schön eine lange schlange hier mein lieber scholli du weißt was das ist ja bitte wie sie noch zu tun der security was machst du eigentlich außer schlechten eindruck einfach zuschauen ich halte die leute auf du haltest du hast du bist der clown hier ja genau der clown wer muss es machen irgendwer muss es machen so viele leute sind hier noch acht du heilige ich hab nix gesagt ich schau mal nach hinten das geht ich weiß nicht ob ich das ja alles durch das geht ja bis zum anderen flughafen oh mein gott diese prüfung das geht so auf dem arsch nach der zeit wenn sie eine ampel rechts abbiegen aber einen fußgänger auf dem fußgänger überwegen sehen was machen sie sie überfahren den fußgänger zack ich habe bestanden und irgendwann mein motorrad umgeworfen oder es von selber umgekippt passiert manchmal das ist ein versicherungspunkt dann kriegt ihr das raus und sich abgeschleppt worden ist kommt das hierhin ja der versicherungspunkt ist im arsch da habe ich aber letztes mal daran gearbeitet ich voll trottel geheim das passwort so gefühlbild hinzufügen jetzt läuft es wieder what the fuck wurde du hast einfach getriggert 1 0 er triggert einfach als allererstes diese eiblende ach du scheiße er hat einfach mal die epische 500 euro einblende getriggert aber das ist gruppe 6 security und guck mal wie geil das aussieht ah mein echo warum passiert mir das immer ich habe das ausgestellt kann man sich da noch irgendwas neues genau fahr mir einfach rein wo die hast ja genau hast ja recht bei mir kann man schön von hinten ich denke wer steht dabei ist das nur so nein aber das ist nicht normal dass du bei laser attack stirbst ich sag mal haben wir von euch die waffe verwechselt warum sind wir beide kurz gestorben ja wir sind bei war kurz abgeregt da drin ach du scheiße ist das geil da habe ich einen fehler gefunden ja ich zeige euch das mal ich weiß jetzt so nicht wie die map heißt ich glaube das ist 100 pro falsch geschrieben wie schreibt man das immer treasure map ich bin so englisch fünf bitte setzen ich google das jetzt trea sure dankeschön wo ist das nehmen das fahrrad mit x kommst du auch nicht weg ich mache heute party machst du heute party genau mit der co2 marschieren ist aber an sich fertig hier oben ist ja büro und pass mal auf warum zum teufel ist seine palme die waren nie da kommt diese habe ich irgendeine mod hier hinten gibt es dann so kleine was soll das denn gerade ich schau mal bei twitter ob es da was gibt ja twitter ist halt sowas da kannst du solche sachen posten das ist geil dafür wer ein profil erstellt ich hoffe ich hat es gefallen auf jeden fall nächster live stream das ist jetzt aber ein bug ne das hat immer funktioniert das ist jetzt aber ein großer bug das ist jetzt aber ein bisschen ja 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 Outro